und damit auf eine neue Folge von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. In der letzten Folge haben wir den ersten Dungeon, den Waldschrein abgeschlossen. Wir haben unter anderem ja auch das Dungeon-Item dadurch bekommen, den Sturm-Bomerang und haben Plantanferner besiegt, haben Herste bekommen und Midna hat einen Schattenkristall und jetzt sind wir wieder hier bei der Quelle mit dem Lichtgeist, den wir dadurch gerettet haben. Ganz kurz, ich habe gelesen, dass jetzt irgendwie so eine Box rauskommt mit dem Mangas. Ja genau, mit Mangas. Alle zusammen, eine Collection. Es gab glaube ich sehr viele Bände, ich dachte immer jeder, selbst auch Green of Time oder Majora's Mask hatte damals glaube ich nur zwei oder drei und das hat einfach zwölf oder 15, weil ich das kann nicht. Kannst du dir ja gönnen. Ja, ich schau mal, ich will auf jeden Fall irgendwann alle Zelda-Mangas haben. Aber machen wir mal weiter. Florian, wieder rausgetappt, jetzt. Jetzt geht's. Noch immer gibt es in Hyrule, weil ab wann kann es eigentlich A drücken? Orte, die von Lukas Schatten im Hild sind. Eigentlich gleich. Verlasse den Wald und wende dich nach Osten, so gelangst du in ein Gebiet, dass der Lichtgeist Eldin beschützt. Na, was ist das für ein Gebiet, Yann, Eldin? Ohne? Ja, Feuer. Dort wirst du jede finden, die du suchst. Ach so, die Kinder sagen. Aber auch dieses Gebiet ist von dunklen Wolken und Hild und wird vom Schattenreich regiert. Sei dir bewusst, dass du wieder die Gestalt eines Wolfes annehmen wirst, wenn du es betrittst. Also, von den Göttern, äh, es wird alt. Verlasse diesen Wald und gehe nach Osten in das Gebiet Eldin. Toll, was? Na, was wird uns die Suche viel leichter machen? Hehehe. Die anderen Lichtgeister wirst du natürlich auch retten, oder? Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich schon um dich kümmern, wenn du wieder zum Wolf geworden bist. Also, finden wir erst mal den Eingang zum Schattenreich. Wenn du dort bist, helf ich dir schon. Kann man das später nicht irgendwie per Knopfdruck machen zum Wolf werden? Ja, 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 das ist alles hier einfach und es gibt auch Teleporter. Überall da, wo diese Monster aus dem schwarzen Loch kommen, was dann wieder verschwindet, da sind Teleportpunkte später. Ja, man sieht sich. Tja. Mich verwirrt das, dass dieses X und Y hier getauscht ist, weil wenn ich bei mir aus den rechten Knopf drücke, mache ich halt einen Boomerang und nicht die Lampe. Die Lampe kann ich eigentlich mal wieder weg machen. Ich war jetzt gegen was. Keine Ahnung, gegen die Schleuder einfach. Ich sie nicht die ganze Zeit aus Versehen anmache. So, dann müssen wir wieder zurück nach Ordorn, von da aus geht es nämlich wieder zurück. Kannst du die Karte ausklappen? So, jetzt kannst du sie, ich brauche noch nicht mehr rufen. Kannst du die Karte ausklappen, dass man die ganze Zeit sie sieht? Ja. Richtung Seen. Nicht Zähne. Keine Spur von Eich. Was, stand das da gerade? Ja. Aber der... Eich hat keinen Bock mehr auf uns. Ich weiß es ja nicht. Guck mal, wir haben auch ein viertes Herz. Wir haben ja auch schon zwei Herz-Teile gefunden. Gleiches sind wir sowieso noch mal ein bisschen erkunden, weil wir jetzt gleich auf den größten Teil des Spiels kommen. Die Hyrule-Ebene. Wo es halt teilweise immer noch recht leer ist, aber nicht so leer wie in anderen Spielen. Ja, Hyrule-Feld. Hyrule-Ebene. Das ist ja das, worauf das krasse Mainstream herkommt. Mindestens verklingt hier nicht schwindelig. Wir müssen ja auch mal Geld ausgeben jetzt. Wir haben ja eine Trubola gar nicht einsammeln können, die Rubine daraus, weil wir ja schon voll waren. Wir hätten ja Geld spenden können, mein Papagei. Stimmt. Aber das weiß ich nicht. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-bo-ba-baa. Welchen Weg sind wir noch nicht gegangen, Jan? Ich dachte, bringt wenigstens irgendwas. Nein, nein. Du willst es nicht. und alle mini spiele diese gibt wahrscheinlich können wir uns auch wieder schafe hüten und dies und das aber genau welchen weg sind wir noch nicht gegangen sie sind nicht zu der insel geschwommen oder nein das ist quatsch du musst wirklich aus dem dorf auslaufen wenn ich auch schon so nicht die weiter ja und von da aus gibt es wollen wir dann wohl noch nicht aber hier waren wir schon nein das war es nicht im wald gibt es eine abzweigung so war es nämlich kaufen hier schon können wir mal den laden gehen aber ich glaube da ist jetzt nichts großartiges wir sollten auf jeden fall mit dem buch immer hier rein ist vielleicht sagt hier ist abgeschlossen nein nein das ist nicht der laden ich weiß doch nicht mal was hier der laden war das mit dem pinken auch abgeschlossen das ding ist es macht keinen sinn irgendwas zu kaufen weil wir sind voll hast du nicht die kinder gesehen stell dir vor kurz noch im aufbruchs wundest du von monstern angegriffen auto ich bitte dich du musst die kinder bitte gerätten natürlich vielleicht habe ich waren die du brauchst ja schau dir mal um das ist alles quatsch dann gehen wir da hin wo wir herkommen die hat sogar ein katzenfoto naja prona reagiert nicht ja so muss ja die wurde doch geklaut ja aber doch nicht wieder also wie heißt Stimmt, ich weiß was Ah, erinnern wir Ich wurde gestohlen Und die haben einen auf den Kopf bekommen Ich habe sogar neulich in irgendeinem Video Die Szene gesehen Das wurde irgendwie so eng geblendet Aber ich weiß nicht mehr, was für eine Bedeutung oder was es für ein Video war Das ist eine Oh, das habe ich gerade auch erst gesehen So, jetzt hier da vorne Das war der Weg, wo wir noch nicht lang konnten Da oben rechts Ja, gut, dass wir daher kamen Naja Nein, Jan, was machst du? Ist die Musik jetzt auch ne andere? Ja, die ist nett, weil hier alles nicht mehr so fies ist Soll ich mit ihm jetzt auch nochmal reden? Naja, das bringt nichts Du hast ja hier die Lampe schon gekauft Jetzt sind wir die andere Flasche Oh, warte, warte Ah nee, wir haben immer noch keine Bomb Ja, ist ja offensichtlich Tut mir leid, wenn ich jetzt jemand gespoilert habe Na toll, ey Geht das hier nur hin? Bist du bereit? Ja Hoffentlich Alter Komm her, du Sau Du weißt, du kannst den Fangstoß noch aufhörens machen Ja, aber die sterben ja vorher Oh, Geld, was ich nicht aufsammeln kann Hier gibt's Herzteil auf jeden Fall Aber heute die Frage so bedarf ich mich nicht Eben Ebene von hier Da hinten ist schon was lang gelaufen Ich hab's gesehen Ja, es gibt ja teilweise echt komische Kirche Alter Wer sind sie denn? Ja, wir gucken uns erstmal ein bisschen um Wie energischer angerannt kam und dann auf einmal bläh Also ob das hier war oder ob das in Wie hieß das andere Silber Glaubt es ein Ort war, wo man Wenn man noch nicht Das Schwert zückt, dann in der Attacke machen kann Ach, und wo müssen Herzen noch erreichbar sein mit dem Und wie siehst du ihn nicht an? In Wurm Ich glaube, die Flaschen waren beide voll Ja 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 Wir müssen uns immer an den Rändern Nach umgucken Es kann sein, dass wir So was Aber Hey Post ist da Oh, davon ist eine schwarze Wand, da geht's nicht weiter Dabei muss ich doch einen wichtigen Brief zustellen, was jetzt Oh, wer ich bin Ich bin der Wandernde Postbote, steht unterwegs mit wichtigen Briefen So nennt man mich auch einfach den Briefträger Aber was rede ich hier nur von mir selbst Dabei hatte ich doch einen Brief für dich Nieschen, wenn du mal Zeit hast Wenn du einen Brief lesen willst, dann drück einfach Start und ja, ja, da findest du schon Naja, so kannst du das zumindest machen Und alle anderen auch jederzeit lesen Also, das wäre erledigt und ab die Post So, lesen wir den Brief durch die Regie, oder? Über den Briefträger Jetzt sind wir nur von Briefen Jeder freut sich über Post Und ich bringe sie ins dumme Empfänger Zu diesem Zweck laufe ich per jedem Wetter durch die Ebene von Herold Also lauf nicht weg, wenn du mich siehst Wenn du das sagt, müssen wir das doch bestimmt mal machen, oder? Das geht, glaube ich, tatsächlich gar nicht Ich glaube, rechts den Weg Sollen wir gehen? Ach, ich bin mir eigentlich sicher Am Ende eines Weges kann auch sein, dass da einfach so Irgendwas im Weg ist Mit Depona ist das natürlich deutlich einfacher hier Aber Eich ist nicht dabei Tod und Verderben Das sind eigentlich die Fliegedinger Die fliegen doch hier irgendwo Da vorne Oh Mann Sind sie alle so weit weg? Kommst du wieder? Hallo? Ich habe kein Interesse Da ist eine Truhe Wir sehen ihn noch an Ja, hol mal die Truhe Ah, siehst du da diese Zeichen? Guck mal nach oben an die Decke der Brücke Näher ran Das Gelbe, was da ist Dafür brauchen wir ein anderes Item, das wir nicht haben Macht doch Stoß! Stoß! Hallo A! Ach ja, an wie sie nur ein A drücken Das hat sich gelohnt So, wohin jetzt? Guck mal, ob du links weitergehen kannst Wir gucken jetzt jeden Weg durch Irgendwo geht es nicht weiter Jetzt wird es auch Nacht Hier kommen die bösen Geister raus Warum läufst du mir hinterher? Wir haben volle Leben und Geld kann man nicht aufnehmen Ah, da ist ein Tor, da kommen wir also nicht lang Okay Dann gucken wir mal im Norden Oh, ich glaube es geht östlich weiter Das wurde ja auch eben gesagt Das ist auf jeden Fall Links Lieblingsfortbewegungsart Oh, ich sehe was in der Mitte Ich glaube da war Alter, da war gerade kurz Roboflow wieder Ich glaube in der Mitte ist In der Wand Ja Also müssen wir Östlich fördern Oh Die haben sogar Gehebe Schade, schade, schade Dass das alles liegen bleiben muss Verfolgungsjagd Nein Wenn du wegrennst, dann kriegt er dich nicht Kriegst du uns nicht Dann bitte Komm, wir weiter gehen Oh, da ist was am Baum Siehst du das Glitzer? Ja Das ist eines der Items, was ein Sammelgegenstand ist Aber das kriegen wir noch nicht Doch, warte mal Stopp, stopp, stopp Du kannst das bekommen tatsächlich Überleg mal Was kannst du tun, um da oben an den Baum zu kommen? Mhm Jetzt hättest du nur A drücken müssen bei dem Ding Schnell hin Der Nashornkäfer in weiblich Gefangen Goldner Käfer Erfreut sich jeder Insektenliebhaber Ja Da gibt es eine Dame, die das mag Und es gibt von jeder Insektenart Gehen wir ins Menü Ich weiß nicht, ob du das schon sehen kannst Gibt es ja genau Es gibt zwei Das war Fische Es gibt von jeder Insektenart zwei Kannst du mal Gras noch mal ein bisschen schnitzeln Alle Ich glaube, keiner kriegt man da nicht raus Oh, das ist auch wieder zu Niedrig So war es etwa Verschwendung Ich möchte keinen Wurm in meine Flasche Ah, Würmchen Alter Jetzt wird es wieder finster Na, was denn? Das war ja ganz nah Erinnerst du dich? Weißt du, was du vor dir hast? Wenn du da reingehst Beginnt es wieder von einer langen, langen Reise In Borgsgestalt Zum Menschen wirst du erst wieder Wenn du das Licht nach Eldien zurückgebracht hast Also Gehen wir rein In das Gebiet Das der Lichtgeist Eldien beschützen sollte Hehehe Kein da Junge, du warst ja gerade schon da Ja, wir gehen rein Ui Von hier aus Wirst du mir fein gehorchen, ja? Und sieh dir nur diese Pracht an Sind die schwarzen Wolken heute nicht wieder wunderschön Irgendwie fühle ich mich auf dieser Seite wirklich wohler Dein Pelz steht hier viel besser als der altmodische Plunder, den du sonst trägst Hehehe Genug geplaudert Sollen wir gehen? Renner Oh ja, du weißt genau, was gleich als erstes passiert Alter, das Holzschwert Geruch der Kinder gewittert Als Tier durch die Welt zu gehen Ist doch viel praktischer, oder? Tja, wenn du dein X gespürst Als Tier entdeckst du deine wahren Währlichkeiten Aaaaaaah Hehehe Jan Katzei Du solltest das nicht immer machen Sonst siehst du die Sachen wirklich viel zu spät Es ist ja eh nur eine Richtung Mach's doch auch aus Ja, ich versuch's Ich versuch's Gerade Bin gleich soweit Du kannst auch alle drei auf einmal, wenn wir mehr sind Oder halt ein erst mal Wanns ist nur drei? Es sind immer drei höchstens Ja, ich weiß Welche Knopf gedrückt hat und jetzt nicht mehr schnell genug weg kam Grip Also die waren für mich damals auch schon echt gruselig Nein, die Brücke ist kaputt Das ist ja seltsam Ist ja gar keine Brücke da Ist das etwa das Werk dieser Typen von vorhin? Verflixt, wir haben dir das nur angestellt Kann man wohl nichts machen Dann müssen wir uns eben eine andere suchen Zeig doch mal die Karte Du weißt ja, dass der gelbe Pfeil unsere aktuelle Position anzeigt Und Diese Dinger siehst du auch Das sind die Tore, die sich geöffnet haben Als du die Wesen der Finsternis getötet hast Bei uns nennt man sie Portale Merkt ihr das besser? Übrigens, der Wald von eben Ist hier, siehst du? Also wohin? Mit meiner Kraft bringe ich dich zu jedem Portal deiner Wald Na Jan, wo war die Brücke? Das hier Das hier Hier Da? Ja Gut Nehmen wir die jetzt mit, oder wie? Abwarten Und? Unglaublich, oder? Normalerweise kommt man aus den Schattenreichen Nicht so einfach wieder raus Du sollst mir also dankbar sein Na los, deine Aufgabe steht darin, eine Brücke zu finden Sieh dich also gründlich um Oh, passt doch wie die fast aufs Auge, oder? Und? Dann, wir versuchen sie zu transportieren Na ja Genau Wenn du doch immer so brav wärst Kakariko-Tal Hm, wo kommen wir jetzt wohl hin? Das sieht aber eigentlich zu kurz aus, finde ich Optische Täuschung Ich glaube auch Herztelle gibt es im Schattenreich nicht Ich glaube, das findet man nur in der Lichtwelt Siehst du, wusste ich's doch Hehehe Und? Die Macht der Schatten ist doch beeindruckend, oder? Wenn du mal wieder dieser Macht bedarfst, truf mich einfach Hilft bestimmt auch bei der Suche nach den Schattenkristallen Lass du los, vorwärts Ich würde den Part beenden, wenn du kurz vor Kakariko bist Und Kakariko ist rechts Also hier auch noch kurz umgucken? Ich glaube, du findest hier nichts in der Schattenwelt tatsächlich Das Einzige, was man später auch wechseln kann Zum Wolf und so Dann gibt es da tatsächlich Ich weiß nicht, dass A-tricken können Dann hättest du eine coole Attacke gestartet Äh, ist nämlich, dass man Es gibt noch einen anderen Sammelngegenstand Du kennst da noch Pokémon Legenda selbst Ja Da gab's da für Kropok diese Ich weiß nicht mehr, wie viel das waren Diese komischen Seelen, die man finden musste Mhm Das gibt es in ähnlicher Art und Weise hier auch Gut, dann war's das mit dieser Folge von The Legend of the Triller Princess In der nächsten Folge kommen wir an Hoffentlich in Kakariko Was ja hier zu Eldin gehört Ob wir dann schon das Licht zurückgebracht haben, weiß ich nicht Das könnt ihr nur erfahren, wenn ihr einschaltet Also nicht verpassen und liked erlassen Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss